So, willkommen zurück hier bei Obscuritas. Ich habe gerade mal geschaut, was man machen muss. Es ist wieder so eine Sache, da muss ich ehrlich sagen, hätte man drauf kommen können, aber es ist, ja... Naja, man muss einfach nur dieser Falle, die anscheinend von selbst auslöst, ich dachte immer, dass man die selber irgendwann auslöst, man muss diese Falle einfach nur, ja, kommen lassen, diese zwei Mauern und dann sich in die Pfütze stellen und dann passiert einem wohl nichts. Ja, okay, ansonsten waren wir eigentlich richtig, immer den Blumen folgen. Das war gar nicht so falsch. Und ansonsten, ja... Hm... Ist wieder so eine Sache, wo ich sage, hm... Tricky, das Rätsel, ganz schön tricky. So, Blume, Blume, ich glaube wir sind richtig. Blume... So, man soll sich jetzt hier in die Pfütze stellen, beziehungsweise, ja, ne, so hier hin. Warte mal eben, ich muss kurz gucken, ob jetzt das Ding zugegangen ist. Noch nicht, okay, warte, dann gehen wir erst nochmal zurück. Wir gehen erstmal hier hin. Okay, so, und jetzt müsste die Wende gleich runtergehen. Aha, okay. So, jetzt weiß ich nicht, ob hier oder hier, aber ich glaube hier. So, aufpassen, die müssten gleich losfahren. Also laut Lösung war das so, dass man sich hier hinstellen muss und dann würde das Ding gleich auf einen zufahren. Okay, es hat funktioniert. Aber wer kommt bitte auf sowas? Also... Ah, oh Mann. Okay, gut, wir können jetzt auf jeden Fall weiter, denke ich. Sieht auch ein bisschen anders aus jetzt hier mittlerweile. Da ist wieder so ein Flecken. Ich hoffe, das waren die einzigen Fallen hier. Oh Mann. Öh. Ach, du schon wieder. Okay, alles klar. Ich glaube, so eine Statue haben wir schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß nur gerade nicht, wo. Wieder eine Blume. Ich gehe mal den Blumen nach. Da sind wir ja eigentlich ganz gut mitgefahren am letzten Mal. Okay. Hm. Entweder jetzt der Blume folgen oder... Alter, wie groß ist das Labyrinth denn bitte noch? Ich dachte, das wäre es jetzt hier gewesen. Ich glaube, wir müssen den Blumen wieder folgen. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich gehe mal der Blume nach. Oh, Batterien, die nehme ich noch mit. Und dann gehen wir der Blume nach. So, wo war die Blume? Blume! Blume ist nicht mehr da. Oh. Das ist schlecht. Oh, ich dachte, wir wären durch. Ja, von wegen. Wieder keine Blume. Da ist eine Blume. Okay. Ja, na gut. Wir sind ja sowas von richtig. Da ist wieder eine Blume. Und da no way back. Ja. Sehr schön. Okay. Ich glaube, das ist die Mauer, die sowieso zu ist. Ja, ich glaube schon. So, wo war die andere Blume eben? Da nicht. Da auch nicht. Okay, dann geht es eh nur da lang. Dann nützt es ja nichts. Dann haben wir ja eh nur den einen Weg. Keine Blume. Blume. Okay, alles klar. Also richtig. Keine Blume. Keine Blume. Keine Blume. Und hier geht es auch nicht weiter. Okay. Erstmal hier gucken. Dann geht es auch nicht weiter. Da ist die Blume. Okay, wunderbar. Und ich höre es schon wieder plätschern. Keine Blume. 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 Aber plätschern. Definitiv plätschern. Gut, wir gehen gerade noch mal zur Blume. Äh, hier war ich noch nicht. Okay, geht nix. Da geht es leider nicht weiter. Da geht es leider nicht weiter. Boah, das ist doch jetzt nicht wahr. Beschwindet gleich schon wieder die Batterienergie. Ich weiß es noch. Ich höre es plätschern, aber ich komme dem Plätschern leider nicht näher. Hier war ich auch schon. Ich renne im Kreis. Ich hasse Labyrinthe. Und die Taschendoppe fängt schon wieder an zu flackern. Äh, hier lang? Da ist die Blume. Ich gehe mal hier runter. Keine Blume. Geht es nicht weiter? Okay. Ich glaube, hier ist richtig. Da ist eine Blume. No way back. Ach, verdammt. Okay. Ach, deswegen mag ich keine Labyrinthe. So, wo war die eine Blume jetzt? Da ist eine. Okay, also hier lang. Es wird auch wieder lauter mit dem Plätschern. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier richtig ist. Aber ich glaube, hier bin ich auch schon gewesen. Was auf dem Boden? Nein. Also kannst du nur hier lang gehen. Blume. Okay. Ah, Gott sei Dank. Oh, da mag jemand Kürbisse. Schön. Lecker. Möchte ich direkt mal eine Kürbissuppe haben. Dankeschön. Boah, Kürbissuppe ist so lecker. Ah, das Gewitter weiß anscheinend, dass wir richtig sind. Ah, Flecken. Flecken, Falle. Schön dran vorbei. Flecken. Ich möchte einfach nur wieder ins Haus. Können wir nicht mal irgendwo wieder ins Haus gehen? Blume. Blume ist gut. Blume hat mir bis jetzt immer... Oh. Spinnen. Ja, egal. Spinnen interessiert mich nicht. Spiel. Da habe ich keine Angst vor. Ich glaube, wir sind richtig. Aha. Da ist sie. Da sind die. Ich sehe sie. Ah, Vorsicht. So. Blume. Da war eine Blume. Da war eine Blume. Checkpoint. Checkpoint. Jackalaka. Checkpoint. Yeah. Boah, Gott sei Dank. Der Hund. Der Hund. Hehe. Natürlich, der Hund. Ja, der Hund. Ach, schön ist das für den Hund. Ist das toll. Oh, hättest du mal auf leicht gestellt. Voll das Opfer, ey. Jetzt haben wir auf leicht gestellt. Wollen wir schon durch, ey. Scheiß Hund. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der Hund ist. Er ist irgendwo links lang. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Mach kaum Licht an und gehe einfach nur durch. Ach, kommt schon, ey. Okay, er geht da rüber. Ich muss aber so, glaube ich, da lang. Ja. Dann muss ich. Ach, super. Falle. Ich wette, bei der Falle ist auch richtig. Ich denke mal, hier ist wieder Sackgasse angesagt. Mit absoluter Wahrscheinlichkeit ist hier wieder Sackgasse. Und dann kommt mir der Hund jetzt gleich entgegen. Mit Sicherheit. Oh, Mann. Ich bin doch direkt an die Falle abgewogen. Schnauzehund. Lauf doch mal in die Falle. Hö, ist ja ein Geisterhund. Ach, Mist. Dem macht die Falle mit Sicherheit nichts aus. Gut, er müsste hinter uns sein. Also er dürfte jetzt auf keinen Fall vor uns sein. Weil dann, äh, mache ich mir so ein bisschen Gedanken um die Logik des Ganzen hier. Really? Komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Hat sich jetzt hier wieder ein Weg geöffnet? Kann ja nur. Sonst muss ich wieder zum Hund. Und das kann nicht Sinn der Sache sein. Oh, wir müssen wieder zum Hund. Okay, also hier ist falsch. Warum? Ist doch nicht wahr. Okay, von da bin ich gekommen. Hier war eine Sackgasse, oder? Ne, da ist der Hund. Okay. Der rennt er gerade ganz wild durch die Gegend. Was ist denn hier? Hier war ich auch schon, ne? Ja, hier bin ich doch durchgegangen. Aha. Warum? Warum war ich schon hier? Und der Hund ist noch da. Hier kommen wir überall nicht hin. Und der Hund rennt jetzt da vorne im Kreis. Oh Gott. Okay, wir müssen irgendwie da dran vorbei. Ja, der rennt hier im Kreis. Okay, warte mal. Ich geh mal hier lang. Bei der Blume. Vielleicht ist die Blume ja wieder freundlich. Oder wir gehen jetzt ganz wieder zurück. Aber da war wieder eine Blume. Ne, ich glaube wir sind richtig. Da war wieder eine Blume. Wieder eine Blume. Oh, right. Alright, alright. It's blooming time. Warte, ist da noch eine Batterie? Ah, schade. Okay. So, ich spare mal gerade ein bisschen Money. Äh, Money. Ein bisschen Batterien. Äh, schade. Batterien, na komm schon. Gib mir Batterien. Warum renne ich jetzt hier nicht wieder in eine Falle? Toll, wir sind keine. So, wir müssen jetzt ein bisschen sparen. Wir haben nur noch einmal Ersatzbatterien. Da war wieder eine Blume. Hab ich gerade durch Zufall gesehen. Da ist eine Falle. Aber eventuell auch Batterien. Natürlich nicht. Warum sollten hier auch welche sein? Da. Blume. Hab ich schon wieder gesehen. Ne, keine Batterien. Schade. Okay, da ist eine Blume. Warte. Vorsicht. Okay, geht nix. Alles gut. Oh Leute, lasst mich doch einfach hier raus. Ich hab keine Lust mehr auf das Labyrinth. Wieder eine Blume. Okay. Wenn ich jetzt hier sterbe, ne? Da ist eine Blume. Okay, da geht's lang. Also hier gerade noch mal nach Batterien gucken. Keine Batterien. Schade. Blume. Nochmal eine Blume. Okay, da geht's lang. Geht's hier zur Batterie. Batterie, Batterie. Oh, gib mir eine Batterie. Äh, oh. Ach, scheiße. Mist. So, Zeitverschwendung und, äh, Energie zugleich. So, wo war... Okay. Da ist die Blume. Okay. Noch eine Blume. Noch eine Blume. Hier wieder gucken, ob hier welche fallen sind. Ich muss rennen. Es tut mir leid. Da ist wieder eine Blume. Weil es fängt schon wieder an zu flackern. Toll. Großer Gott. Was ist das denn? Achso. Okay. Komm, lass aber bitte noch mal Batterien hier irgendwo sein. Ich hab nur noch einmal Reserve. Wenn die alle ist, dann hab ich echt ein Problem. Da ist sie über... Nee. Aber da ist eine Blume. Ja. Sehr gut. Okay, jetzt bin ich wieder safe. Und ich hätte gerne einen Safe Point. Ah! Entschuldigung. Boah, Drecksspiel, ey. Was? Mann. Mach mal einmal kurz aus. Einmal mach ich kurz die Baschenlampe aus. Da. Baschenlampe. Ich mach mal die Baschenlampe kurz aus. Und dann kommt sowas. Ach, Blume. Okay. Rechts, äh, links lang ist Blume. Ach, je, 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 je. Scheiß, hier kommt keine Blume mehr. Leck mich am Arsch, ey. Da ist die Blume. Ähm. Da ist die nächste Blume. Okay. Aha. No way back. Okay, so. Hier ist eine Blume. Da ist die nächste Blume. Alles klar. Also wir werden nach und nach in Abschnitte hier gesteckt. Wir kommen dann nicht mehr zurück. Da ist noch eine Blume. Wir kommen dann definitiv. Da ist noch eine Blume. Nicht mehr zurück. Okay. Ich dachte gerade schon. Da wäre noch was. Da ist die nächste Blume. Boah, das mit den Blumen ist echt gut. Muss ich ja mal ehrlich sagen. Alter, ich wäre fast drauf gelangen. Ich wäre fast drauf gelatscht. Keine Batterien. Checkpoint. Gut, dann können wir uns ja mal gerade hier umgucken. Wenn wir jetzt eh Checkpoint haben. Wachst du zufällig ein paar Batterien für mich? Natürlich nicht. Hätte ja sein können. Hier ist doch bestimmt wieder der Hund. Wie ist denn jetzt? Ich habe hier mit Sicherheit Batterien jetzt übersehen. Aber ich will hier auch nicht zu lange bleiben. Weil ich habe die Vermutung, dass der Hund wieder hier sein könnte. Weswegen ich jetzt hier einfach schnell durchrenne. Ah, das ist eine Rotunde. Ich verstehe. Hier muss irgendwo reingehen. Da sind wir reingekommen. Hier geht es irgendwo rein. Nein. Hier ist irgendwo ist hier ein Schacht oder irgendwas, wo wir rein müssen. Wahrscheinlich. Und hier sind wir gekommen, ne? Da war die Blume. Da ist noch eine Blume. 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 Okay, alles klar. Alles klar. Alles klar. Es sollte erscheint nur kurz ablenken. Da ist die Falle. Das war nur Ablenkung. Blume. Okay, Blume. Das heißt, hier gucke ich nochmal gerade. Hier ist wieder nix. Verdammt. Boah, bin ich froh, wenn diese Stelle hier fertig ist, ne? Warte, Rien. Ja, die habe ich gesucht. Sehr gut. So, ähm. Hier und dann links. So. Warte. Äh, ich glaube, hier. Wo bin ich hierher gekommen? Verdammt, bei der Falle, das hat mich jetzt wieder verwehrt. Warte mal. Äh, nee. Ich glaube, das ist richtig. Hier und dann. Hier der Blume folgen. Genau. Und hier dran vorbei. Okay, wunderbar. Okay, super. Ach, ich bin so froh, wenn das rum ist. Ich mache hier nach. Ach, hier nach. Auf jeden Fall erst nochmal ne Aufnahmepause. Das könnt ihr glauben. Also, sobald wir jetzt hier durchs Labyrinth durch sind. Das kostet mich Nerven hier. Ganz ehrlich. Okay, hier ist keine Blume. Vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. So. Oh, ist das toll. Da bin ich hergekommen. Okay, alles klar. Also doch, hier lang. Ah, da gehen sie hin, meine Batterien. Da geht's lang. Und hier ist ein Brunnen. Oh Gott. Wo soll ich denn hier hin? Aha, hallo. Immer den Blümchen folgen, nicht wahr? Okay, wir gucken mal hier. Ähm, ja, das ist keine Blume. Okay. Okay, hier geht's definitiv nicht rein. Okay, hinterm Brunnen war ich. Also, geh ich jetzt mal hier hin. Vorsicht, Falle. Aber auch hier kommt keine Blume. Nein, verdammt. Falle. Beziehungsweise soll einen in die Irre führen. So, Vorsicht. Hier wieder dran vorbei. So, Brunnen war beides falsch, ja? Okay, also, hier nicht lang. Dann könnten wir noch hier lang. Oh, ich glaub, hier war ich... Ja, hier war ich doch auch schon. Shit. No way back. Okay, also hat sich wieder irgendwas geöffnet. Wo wir weiter können, wahrscheinlich. Wo geht's denn hier hin? Ich glaube, hier geht's weiter. Nein. Okay, aber da jetzt da no way back stand, vermute ich, dass irgendwo sich wieder was geöffnet hat. Ja. Ja. Vielen Dank.